Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Likantot der Verderber anzunehmen bei Jan Duvan im Hial an dieser Stelle. Vor Quest war Goldwins Wildheit. Okay, jetzt ist dieser Mob geredet. Start den besiegen. Und dann müssen wir uns in diese Richtung begeben und zu dieser Höhle fliegen. Ich brauche die Map, Quiste Eingang, hineinlaufen und dann das Quest Item benutzen. Könnt ihr entweder direkt von der Quest, wo es angepinnt ist, oder aus dem Inventar benutzen. Jetzt dürfen wir diesen Mob besiegen, was hier gespawnt ist. Likantot. Solltsamoname. So, Quest ist bereits zur Abgabe. Und zwar müssen wir jetzt nicht zurücklaufen, sondern direkt in der Höhle steht Geist von Goldwin. Im Hial. An dieser Stelle in der Höhle Dwin. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach Video positiv bewerten und oder meinen Kanal abonnieren. Dazu blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es noch den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.